Hallo Leute, ich bin Silke Volkner vom Mondpalast und das hier ist meine Garderobe. Etwas unaufgeräumt, aber das macht ja nichts. Dies ist ja eigentlich einer meiner Lieblingsorte, an dem ich nochmal so ein bisschen in den Text gucken kann, mich natürlich auch umziehe und mich für die Vorstellung vorbereite. Ja, ansonsten bin ich natürlich auch gerne hinten bei unseren ganzen Kollegen auf der Couch. Da wird es immer sehr kuschelig, aber hier in der Garderobe habe ich so meine Ruhe. Noch ein Lieblingsplatz ist eigentlich auch Latül hier auf der Bühne und da würde ich Sie gerne bitten, nach dieser ganzen Corona-Krise, kommen Sie und lachen mit uns. Tschüsschen!